Der Harcourt-Turm Der 1884 zu Ehren des Industriepioniers Friedrich Harcourt baute Turm ist weithin sichtbar. Unterhalb des beliebten Ausflugsziels gab es früher eine Gaststätte. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf dem Turm hat man einen wunderbaren Rundumblick, bei schönem Wetter bis tief ins Sauerland. Wir hören nun das Westfalenlied. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020